Willkommen zur Hausübung Nummer 5. In dieser Hausübung geht es darum, eine Priority Queue zu erstellen. Und in der H2 geht es um selbstorganisierte Listen. Eine Priority Queue ist eine Liste, die absteigend sortiert ist mit Elementen, wobei jedes Element noch einmal eine Priorität hat. Und je nach dieser Priorität sind alle Listenelemente absteigend sortiert. Zur Realisierung der Priority Queue in Racket haben wir ein Struct namens pqElement hier ganz oben in der Vorlage gegeben, welches als Attribute einmal das Element selbst hat, was wir in eine Liste einfügen wollen, und dann einmal die Priorität hat, nach welcher die Liste sortiert wird. So, kommen wir zur Aufgabe H1.1. In dieser Aufgabe geht es darum, ein Element einzufügen in der Liste, und das nennt man nq. In nq sind zwei Parameter gegeben. Einmal die Queue selbst, das ist die Priority Queue, und dann das Element, was in die Priority Queue eingefügt werden soll. Das Element, wie eben beschrieben, ist ein Struct namens pqElement, welches mit zwei Attributen aufgeteilt wird, und zwar in lm und Priority, also das Element selbst und die Priorität. So, wir müssen aber noch zwei Randfälle beachten. Die Randfälle sind einmal, dass wir, falls ein Element eingefügt wird in die Priority Queue, dass wir hinter dem, wenn es die gleiche Priorität hat, wie das Element, was schon vorhanden ist, oder eines der Elemente, dann muss es direkt dahinter platziert werden. Und die andere Ausnahme ist, falls die Priority Queue selbst leer ist, dass wir das auch noch beachten sollen. Die letzte Randbedingung ist dann, dass, falls das übergebene Element kein, nicht vom Typ pqElement ist, so soll dann auch die übergebene Queue einfach so zurückgegeben werden, und es soll nichts verändert werden. Okay, wir fangen an mit einer Condition. Das heißt, wir haben verschiedene Fälle, die wir abdecken müssen, wie ich gerade aufgezählt habe, und diese Condition öffnet man mit den eckigen Klammern, sagt dann erst das bool, was dann true oder false sein soll. Das heißt, was wollen wir überprüfen? Wir wollen überprüfen, ob zuallererst, ob das übergebene Element ein Element vom Typ pqElement ist. Das heißt, wir fragen pqElement, Fragezeichen, und dann das gegebene Element, was wir haben, also den Parameter. Wir wollen aber haben, dass das nicht der Fall ist, das heißt, wir fügen einen Not davor. Und hier wird dann abgefragt, ist das übergebene Element kein pqElement, wegen dem Not davor. Falls das zutrifft, also falls es kein pqElement ist, dann gibt die Queue zurück. So, das ist der erste Fall. Und dann kommen wir zum zweiten Fall, den ich davor genannt habe, und das ist, wenn, ups, die Klammer vergessen, wenn die Queue leer ist, die wir gegeben haben, dann fragen wir nach empty, Fragezeichen, ist das leer, was wir jetzt da hinschreiben, also die Queue, und falls das der Fall ist, dann erstelle eine Liste, und zwar nur mit dem Element selbst, was wir gegeben haben, weil das ja in die Priority Queue eingefügt werden soll. So, und dann auch die beiden Klammern zu, und das sind dann die beiden Randfälle, die wir abdecken müssen, um das Einfügen zu garantieren. So, kommen wir nun zum eigentlichen Geschehen von enqueue, und zwar, falls wir eine ganz normale Priority Queue gegeben haben, dass wir dann nachschauen wollen, ob die Priorität des Elementes, was wir gegeben haben, größer oder kleiner ist als die Priorität der Elemente in der Priority Queue, um es dann genau einzusortieren in die Liste. So, dazu öffnen wir den dritten Fall mit den eckigen Klammern und fragen nach. Erstmal der Operator größer gleich, und dann fragen wir pqElement Priority, von dem ersten Listen-Element, das heißt, von first queue, ist die Priorität von first queue größer oder gleich der Priorität vom Element, was wir gegeben haben. Das heißt, wir fragen wieder nach, Klammer auf, nicht vergessen, pqElement, so, pqElement Priority, und zwar von dem Element, was wir gegeben haben. Und hier ist dann die Abfrage, ist das erste Listen-Element, die Priorität vom ersten Listen-Element, größer als die Priorität vom Element, was wir mit als Parameter gegeben haben, gegeben bekommen haben? Dann erstelle eine Liste mit first queue als erstes Element an der Stelle, wo wir in der Liste gerade sind. Das bewirkt dann const, das ist dann die Liste, die wir jetzt geben und das Element an die davorige Liste ankettet. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, const first queue, dann haben wir das erste Element der Liste, was wir gerade überprüft haben, in eine neue Liste gepackt. Und weil das Element selbst, was wir überprüfen wollen, wo es in die Liste reinkommt, eine kleinere Priorität hat, muss es nach dem first queue Element reinkommen in die Liste. Dementsprechend müssen wir hier rekursiv wieder die enqueue Methode hier aufrufen. Und zwar diesmal aber mit den Parametern rest queue und das hier, weil wir das erste Element in der Liste schon überprüft haben und wieder mit dem Element, was wir überprüfen wollen, wo es in die Liste eingefügt werden soll. So, das ist dann der dritte Fall gewesen. Der letzte Fall ist dann, dass wir sagen, hey, wenn keines der oberen drei Fälle eintritt, dann wieder const mit dem Element selbst, was wir überprüfen wollen, und der Priority Queue. Und somit haben wir dann auch einen Anker gesetzt für die Rekursion, die wir bei der dritten Condition aufgerufen haben und damit wäre das Einfügen für unsere Priority Queue erledigt. Dann kommen wir auch noch zum Vertrag der enqueue, die wir gerade geschrieben haben. Und hier sind die Typen gefragt. Und zwar haben wir den ersten Parameter queue. Das ist eine Liste von pq-Elementen. Da können wir einfach schreiben, list of pq-Element. Und dann haben wir noch das Element gegeben, das heißt pq-Element als zweiter Parameter. Dann schreiben wir einen Pfeil dahin für das, was zurückgegeben wird. Und das ist dann wieder eine Liste von pq-Elementen. Oh, habe ich mich verschrieben? So, Element. Bei Returns können wir dann hinschreiben, Returns a new Priority Queue resulting from inserting the given element. So. Genau. Das würde ausreichen für den Vertrag von enqueue. Als nächstes kommen wir zu h1.2. Hier geht es um dequeue, also Elemente entnehmen aus der Priority Queue, die wir gegeben haben. Das heißt, wir haben unser dequeue mit zwei Parametern, und zwar der Priority Queue, die wir schon gegeben haben, und der Priorität, nach der die einzelnen Listen-Elemente entfernt werden sollen, die kleiner sind als die übergebene Priorität. Umgesetzt sieht das Ganze dann so aus, dass wir wieder mit Conditions anfangen, das heißt, Klammer auf cont. Unsere erste Condition ist dann wieder, ob die Priority Queue leer ist, das heißt, empty Fragezeichen von der Queue, die wir gegeben haben. Falls die Queue, die wir gegeben haben, leer ist, dann gib auch empty wieder zurück. Klammer wir überprüfen wieder größer oder gleich, was größer oder gleich, das erste Element, die Priorität vom ersten Element in der Liste, das heißt, pq element priority von first Queue, das heißt, vom allerersten Element in der Liste überprüfen wir die Priorität, falls diese größer oder gleich der Priority ist, die wir gegeben haben, dann erstellen wir eine Liste mit cons und da machen wir als erstes Element die first Queue rein, also das erste Element, was wir gerade überprüft haben. Warum wir das tun, ist, weil die Ergebnisliste, die wir haben wollen, auch die Liste, die Elemente haben soll, die die Priorität größer oder gleich der Priorität haben, wie die wir gegeben haben. Das heißt, wir müssen noch die weiteren Listen Elemente überprüfen. Und das tun wir in racket-rekursiv, also funktional, dementsprechend machen wir hier eine Rekursion, sagen die Queue mit der restlichen Queue, weil wir das erste Element ja schon überprüft haben und wieder mit der gleichen Priorität, die dann wieder überprüft werden soll. Das heißt, die Queue von Rest Queue und der Priority, Klammer zu, nochmal Klammer zu, das ist dann unser zweiter Fall und falls keines dieser beiden Fälle zutrifft, also else, dann soll empty zurückgegeben werden. Und damit haben wir jetzt auch geregelt, eine Klammer zu noch für die Conditions, so, damit haben wir jetzt auch geregelt, dass, wenn alles rekursiv aufgerufen wird, dass immer das aktuelle Listen Element überprüft wird, falls die Priorität mindestens so groß ist wie die gegebene Priorität, dann kommt genau dieses Element in unsere Ergebnisliste rein. Falls nicht, wird am Ende empty zurückgegeben, das heißt, es wird nicht nochmal rekursiv aufgerufen und damit wäre die Funktion beendet. Dann kommen wir zum Vertrag der H1.2 von DQ. Diese hat zwei Parameter gegeben, die Queue und die Priority. Die Queue ist eine List of PQ Elements, wie oben auch schon, das heißt, wir schreiben hier einfach List of PQ Element und die Priority ist ja eine Number, das heißt, eine Natural Number, da können wir einfach natural dazu schreiben und als Rückgabetyp haben wir wieder eine Priority Queue, heißt, wieder eine List of PQ Element. So, bei Returns müssen wir dann einfach formulieren, dass eine Priority Queue zurückgegeben wird mit all den vorherigen Elementen der Priority Queue, dessen Priorität größer oder gleich der Priorität ist, die wir gegeben haben in unserem Parameter, also größer oder gleich dem Natural. Das heißt, wir schreiben Returns a new Priority Queue with all Elements of the given Priority Queue, also dessen Elemente dann größer sind, also whose Priority is greater, das hängt ein bisschen hinterher, is greater, jawohl, are equal to the given Priority. So, und es hat es auch bald. Jawohl. Bei der h1.3 geht es dann darum, dass wir die Prioritäten in der kompletten Queue, die wir gegeben bekommen, modifizieren, und zwar einen Wert dazu addieren können. Da haben wir die Funktion modify Priorities mit den zwei Parametern Queue und Priority, wo die Queue, wie gesagt, eine Priority Queue ist, die wir schon gegeben haben und die Priority, die wir gegeben bekommen, soll dann am Ende auf jedes einzelne Element in der Priority Queue dazu addiert werden. Dann kommen wir zum Code für die h1.3 von modify Priorities, wie oben bei den beiden Funktionen auch schon. fangen wir hier wieder mit den Conditions an und überprüfen zuallererst wieder, ob unsere gegebene Priority Queue leer ist. Das heißt, wir fragen nach empty und zwar von queue, ist die queue, die wir gegeben haben, empty? Falls ja, gib empty wieder zurück. Andernfalls, also jetzt eckige Klammer für den nächsten Fall, andernfalls, bei egal welchem Fall, also else, soll eine Liste erstellt werden, wo wir pq Elemente erstellen. Das heißt, wir erstellen einfach eine ganz neue Priority Queue mit den Werten, die wir davor schon hatten. Das heißt, wir können hier sagen, make pq Element, nicht verschreiben, mit dem Parameter, nicht Parameter, mit dem Attribut, pq Element Lm von First Queue. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir greifen auf First Queue zu, nehmen das Element von First Queue, weil jedes pq Element hat ja die Attribute Lm und Priority. So greifen wir auf das Element Lm zu und weisen das unserem neuen pq Element zu, weil wir das ja einfach nur kopieren wollen. Aber als Priorität geben wir nicht die alte Priorität, sondern die alte Priorität plus unserer gegebenen Priorität hinzu. Das heißt, wir müssen hier addieren, und zwar pq Element Priority von First Queue, das heißt, dem ersten Listen Element, was wir gegeben haben, davon wollen wir die Priorität nehmen. heißt im Grunde wieder kopieren, mit Ausnahme, dass wir diesmal die Priorität, die wir gegeben haben, dazu addieren. Das heißt, Priority. Das heißt, Priorität vom ersten Listen Element plus der Priorität, die wir gegeben haben, ist dann das Attribut Priority von unserem neuen pq Element, was wir links mit make pq Element definiert haben. So, da wir das jetzt aber für jedes einzelne Element in der Liste machen müssen, rufen wir hier als nächstes Listen Element einfach wieder unsere Funktion auf, das heißt, modify Priorities, diesmal aber mit der restlichen Liste, das heißt, mit rest Queue und der Priorität Priority, die wir gegeben haben, die dazu addiert werden soll. So, das wäre dann auch dieser Fall. Mit else schließen wir dann die Klammer und wir müssen Conditions noch schließen. So, wir kommen dann zum Vertrag der H1.3 von modify Priorities. Der erste Parameter hier ist wieder Queue, das heißt, wir können wieder schreiben List of pq Element Element und als zweiten Parameter haben wir wieder eine Priority, das heißt, wir schreiben wieder Natural und zurückgegeben wird wieder eine erneuerte Priority Queue mit als List of pq Element. Im Typ ändert sich dann nichts. Schreiben können wir bei Returns a new Priority Queue resulting from adding das hängt wieder so zurück hinterher from adding the given Priority to the Priorities of all Elements of the given Priority Queue. So, das ist dann der Vertrag der H1.3. So, dann kommen wir zur Aufgabe H2. Hier geht es um selbstorganisierte Listen und die H2.1 ist dann eine Aufgabe, wo wir Move to Front implementieren sollen. Das ist eine Organisierungsstrategie für die Liste. Move to Front, die Funktion, bekommt zwei Parameter übergeben. Eine Liste und eine Value, genau in der Reihenfolge. Dann wird überprüft, ob sich der Wert Value, der Parameter Value in der Liste befindet. Falls ja, wird dieser Wert an den Anfang der Liste gepackt. Um das zu implementieren, brauche ich eine Hilfsmethode, die es dann vereinfacht, das alles zu verstehen und es dann auch übersichtlicher zu programmieren. Dementsprechend rufe ich in der Move to Front Funktion sofort eine Hilfsmethode auf und zwar nennen wir die gleich, die implementieren wir gleich, Move to Front Helper mit den gleichen Parametern List und Value, aber auch mit dem Wert Empty noch dazu. Warum? Das erfahren wir gleich. Das heißt, jetzt define ich eine neue Funktion und zwar mtf Move to Front Helper mit drei Parametern und zwar List, Value und Result. So, der Body Funktion ist dann wieder eine Condition, wo die erste Condition wieder ist, um zu überprüfen, ob die Liste, die wir gegeben haben, leer ist. So, empty List, falls ja, dann gibt Result zurück. So, die zweite Condition überprüft dann genau das, was wir eben haben wollen und zwar ob der Wert in der Liste, an der wir gerade sind, dem Wert entspricht, den wir gegeben haben. Das heißt, das steht auch in der Aufgabenstellung, das überprüft man mit Equal. So, Equal überprüft dann die zwei gegebenen Elemente und zwar wollen wir einmal Value überprüfen, ob das Equal also gleich ist zu First List. Wenn Equal gleich ist zu First List, dann soll eine Liste erstellt werden mit Cons und zwar mit Value als allerersten Element und dann dem Result, was wir oben als Parameter gegeben haben. Aber Appended, das heißt hinzugefügt als Liste, also angekettet an die Liste dran. Und zwar Result wird dann die restliche Liste enthalten, die wir haben, aber dazu kommen wir dann gleich in dem Else-Fall. Das heißt, hier schreiben wir Append, das heißt, das verknüpft die Listen, die wir in diesen Rekursiven Aufrufen haben. Append Result von Rest List. Genau. Also Append kriegt zwei Parameter, nicht von Rest List, sondern Append Result und Rest List. Und das ist dann der zweite Fall. Den schließen wir die Klammer und zum Schluss kommen wir zum Else-Fall. Der ruft dann rekursiv wieder die Helper-Methode auf, die wir haben, die MoveToFront Helper und die kriegt dann als Parameter diesmal die restliche Liste, weil den ersten Listeneintrag haben wir schon abgehandelt. Da wurde schon überprüft, ob der Wert dem Listen-Element entspricht. Falls das ja nicht der Fall ist, also Else, machen wir das gleiche mit dem Rest der Liste. derselben Value, die überprüft werden soll, ob sie mit irgendeiner Value in der Liste übereinstimmt und als Result übergeben wir aber wieder Append, also wieder das Angehängte von Result und List von First List. So verlieren wir auch nicht die vorherige Liste, die wir durch die Rekursion nicht mehr ganz zugriffbereit haben. Und dann schließen wir alle Klammern für den letzten Else-Fall und noch die Condition Klammer und die Define Klammer. Jetzt haben wir das alles aufgeteilt in eine Hilfsmethode, um dann den Parameter Result auch benutzen zu können, damit das Ganze hier vereinfacht wird. Und was wir jetzt haben, ist, dass wir zu Beginn überprüfen, ob die Liste leer ist. Falls ja, wird das Result zurückgegeben, was wir immer mit übergeben in der Rekursion. Falls die Liste nicht leer ist, dann wird überprüft, ob die Value mit dem Element, wo wir gerade sind, übereinstimmt, ob das die gleiche Value ist. Falls ja, wird das Element an den Anfang gepackt und mit Append die restliche Liste hinzugefügt. Falls das nicht der Fall ist, geht man weiter in der Rekursion noch tiefer rein und überprüft so jedes einzelne Listen-Element. Jetzt kommen wir auch zu dem Vertrag der Funktion, die wir gerade geschrieben haben, move to front. Der Typ ist dann erstmal eine Liste und eine Value danach und weil es eine Liste von beliebigen Elementen sein kann, schreiben wir list of any mit der Value, die dann natürlich auch vom beliebigen Typ any ist, also vom selben Typ oder muss nicht mal vom selben Typ sein, das weil ja nur überprüft wird, ob das die gleiche Value ist, falls nicht, wird ja dann einfach die Liste selbst zurückgegeben. List of any und zurückgegeben wird dann wieder list of any. So, hier können wir bei returns dann schreiben, returns a new list where the given value is moved to the front of the given list und das natürlich nur if the given list contains that value also if the given list contains that value so also falls in der Liste überhaupt diese value enthalten ist wird genau diese value nach ganz vorne gemoved und weil wir eine Hilfsmethode geschrieben haben können wir der hilfsmethode sagen helper function also damit wir es als notiz für den der über den code guckt helper function with an accumulator for the resulting list so dass wir halt immer dafür haben wir den dritten parameter dass wir immer die restliste mit beachten können weil wir aber einen normalen vertrag auch für die hilfsfunktion brauchen können wir den hier genauso reinschreiben den wir auch für die move to front methode geschrieben haben damit wir einen überblick behalten und genau wissen was für was diese funktion da ist und ich erwähne ab und zu methode aber gemeint ist immer funktion und vergessen habe ich hier noch dass bei der hilfsmethode move to front helper nachdem any noch ein empty kommt weil wenn diese funktion aufgerufen wird wird der wert result mit empty aufgerufen dann kommen wir zur aufgabe h2.2 zur organisierungsstrategie transpose hier sind wieder zwei parameter gegeben list und value genau in der reihenfolge dann wird wieder überprüft ob der wert value in dieser liste vorhanden ist falls ja wird er nicht nach ganz vorne in die liste wie bei h2.1 gepackt sondern nur mit dem wert direkt davor getauscht und hier gibt es wieder eine ausnahme zwei ausnahmen falls die liste leer ist wird wieder empty zurückgegeben und falls die liste nicht leer ist aber der so dann fangen wir an die aufgabe würde ich wieder mit einer hilfs funktion lösen das heißt hier würde ich direkt wieder also t helper sage ich mal wegen transpose mit den gleichen beiden parametern liste value aber diesmal mit zweimal empty als aufruf warum das erkläre ich auch gleich so dann wieder hier define von t helper transpose helper mit list value und jetzt result wie oben in der funktion aber auch last also unter last verstehen wir einfach die restliste die hinterher gehängt wird das sollte gleich verständlich werden und zwar gibt es hier wieder verschiedene conditions nicht cons sondern cont verschiedene conditions die erste condition ist dann wieder ob die liste leer ist also empty list falls das der fall ist geben wir diesmal append von result und last zurück warum wir diesmal nicht einfach empty zurückgeben ist dass wenn wir im rekursionsfall sind und den wert getauscht haben möchten wir trotzdem noch mit dem restlichen rekursions aufruf dass nicht der rest der liste verschwindet der rest der liste darf nicht einfach verschwinden wenn wir unser ziel erreicht haben und durch die rekursion dann nichts weiter von nöten ist außer der rest der liste dass der noch an der liste angehängt wird deswegen ist nach empty list hier append result und last dann kommen wir zur überprüfung verschrieben und eine klammer vergessen also equal es wird wieder überprüft ob die value die wir gegeben haben dem ersten listen element was wir gerade überprüfen also ich sage immer dem ersten listen element aber da wir diese funktion immer rekursiv aufrufen wird so so gut wie wird so jedes listen element aufgerufen bis es gefunden wird das heißt equal die value mit der first list also mit dem element das wir gerade betrachten in der liste falls das der fall ist dann gebe zurück append also wieder ein zusammenschluss eine ankettung von listen und zwar von result von dem was wir immer mit übergeben und cons also einer weiteren liste mit value dem wert den wir gegeben haben und last last war liste der part der nicht wegfallen darf das heißt wir fügen wir tauschen einfach dass die value vor dem rest der liste erscheint und mit append connecten wir diese ganzen listen zusammen und wir dürfen aber den rest der liste nicht mehr vergessen das heißt als letzter parameter von append kommt dann noch rest list und so können wir mit dem rest der liste diesmal als parameter weil wir jedes listenelement durchgehen wollen der value selbst die wir immer überprüfen die verändert sich nicht result verändert sich aber und zwar ist result nicht append von result von davor und last weil man ja ein element dazu kriegt jetzt beim nächsten Aufruf und zwar was schon überprüft worden ist und dann list von first list und das davor überprüfte ist dann das letzte element was gerade überprüft worden ist so das ist dann auch der else fall und dann schließen wir auch die conditions und den defined part dann kommen wir auch zum vertrag der h2.2 hier haben wir zwei parameter gegeben wie der list und value wie oben auch das heißt wir haben wieder eine list auf any und any gegeben weil wir nicht wissen welcher wert oder es jeglicher wert gegeben werden darf zur überprüfung zurückgegeben wird dann wieder eine list auf any das was halt gegeben worden ist nur modifiziert bei returns können wir schreiben returns a new list where the given value diesmal nicht is moved to the front of the given list sondern where the given value is moved one position forward in the given list und hier wieder der randfall if the given list contains that value so das hängt wieder so hinterher ok jetzt haben wir wieder die hilfs method die hilfs funktion t helper diesmal hier können wir wieder typ und returns kopieren nur davor können wir wieder schreiben helper function dass wir wissen so das hängt sehr hinterher helper function with an accumulator come schon for the resulting list and the previous element the function processed so wie eben erklärt wir geben ja diesmal ein extra element hinzu einen extra parameter mit und zwar das was zuletzt bearbeitet worden ist damit wir immer noch zugriff darauf haben um dann die position zu tauschen so aber hier haben wir das habe ich eben auch oben erst im nachhinein ergänzt list bei der hilfsfunktion t helper gibt es ja zwei weitere parameter welche aber beide empty sind weil wir die mit empty beide zu beginn aufrufen was das rekursiv macht gehört dann natürlich nicht in den typ dazu und ja nur noch mal zum verständnis wir haben eine liste gegeben beispiel 1 2 3 4 5 wenn dann der wert 4 mitgegeben wird als value dann wird jeder wert in der liste einmal überprüft hey ist der erste wert der liste die 4 nein dann überprüft rekursiv den nächsten wert ist die 2 die 4 auch nicht ist die 3 die 4 auch nicht aber die 3 wird sich in dem fall immer gemerkt und weitergegeben also immer wenn ein wert nicht der wert ist den wir gesucht haben wird es als last bei unserer hilfsmethode mitgegeben das heißt wir haben wenn wir die 3 überprüfen ist der wert 3 die value 4 die wir haben wollen nein dann nimm die 3 nochmal mit und überprüfe die 4 ist der wert 4 der wert den wir haben wollen ja dann tausche die beiden elemente an der stelle das ist einfach die organisierungsstrategie transpose als letztes kommen wir zur h2.3 benannt ist diese aufgabe als suche und zwar weil wir hier eine funktion implementieren wollen welche beide organisierungsstrategien die wir oben implementiert haben das heißt move to front und transpose miteinander kombiniert das heißt wir schreiben eine funktion contains in dieser funktion sind dann drei parameter gegeben list, value und strad und genau in dieser reihenfolge der parameter strad ist dann aber in diesem fall einfach eine ganze zahl das heißt wird strad 0 gesetzt so soll unsere move to front strategie benutzt werden wird strad 1 gesetzt so soll die transpose strategie angewendet werden also h2.1 und falls die strad 1 ist dann soll h2.2 angewendet werden welche wir bearbeitet haben als rückgabetyp hat die funktion aber ein search result struct der ist in der vorlage gegeben das ist ein struct search result mit den zwei attributen found und list wovon im feld found stehen soll true wenn der gesuchte wert in der liste vorgekommen ist und false falls das nicht der fall ist und im feld list soll dann die umorganisierte liste zurückgegeben werden das heißt durch die anwendung der strategie die liste die dann rausgekommen ist weil oben unsere beiden organisierungsstrategien hatten ja als rückgabetyp jeweils eine liste und diese soll dann im attribut list vorhanden sein von dem struct search result falls der übergebene parameter von strad weder 0 noch 1 ist so soll im feld found immer false stehen und im feld der liste soll dann einfach empty stehen so zum besseren verständnis fange ich diesmal zuerst mit dem vertrag an das heißt wir haben drei parameter gegeben list value und strad diesmal ist in unserer contains funktion list wieder eine list of any wie oben bei den beiden fällen auch weil es ja genau die beiden organisierungsstrategien benutzen will als value ist dann wieder any gegeben und als strad eine natürliche Zahl das heißt natural zurückgegeben wird diesmal aber so wie ein paar Zeilen drüber ein search result struct das heißt wir können hier einfach als rückgabetyp search result schreiben und bei returns schreiben wir einfach a search result also der struct den wir oben haben that results from applying the given organizing strategy to the given list so dr racket hängt damit es den hinterher das ist ja kein problem und dann fangen wir auch an mit der contains funktion wieder fangen wir an mit den conditions zuallererst überprüfen wir ob die liste leer ist empty list falls ja dann erstelle ein search result strike also make search result mit dem ergebnis false und empty so wie eben erklärt das wenn wir kein eine nähere liste gegeben haben soll bei found immer false stehen und eine nähere liste zurückgegeben werden ok das war der erste fall dann kommen wir zum fall falls ähm strat gleich 0 ist das heißt strat 0 dann erstelle wieder ein search result strike make search result und zwar und jetzt kommt in found ähm eine überprüfung da soll ja ein bool zurückgegeben werden also true oder false deswegen überprüfen wir einfach equal first von move to front also move to front mit den werten list und value ähm equals der value was wir hier überprüfen ist einfach ähm der erste wert von von dem ergebnis von move to front von list und value ob der gleich dem wert der value entspricht weil move to front sollte ja einfach das erfüllen dass wir als allererstes element ähm äh die value selbst haben und die nach ganz vorne geschoben wird in der liste und falls das der fall ist ähm oh ich hab bei equal ein fragezeichen vergessen das ist ganz wichtig das wird der compiler später meckern ähm also equal mit value so genau und als liste geben wir wieder move to front von list und value zurück das ist dann dieser fall also als liste vom make äh vom search results track damit es besser verständlich ist so falls dann die strat gleich eins ist also gewünscht ist dass die transpose organisierungs ähm strategie benutzt wird dann erstellen wir wieder ein make search result ähm struct welches wieder überprüft equal ähm das first von hier wieder move to front das sehen wir gleich warum so move to front list value falls move to front list value und value hier übereinstimmen also equal sind dann gib transpose list value zurück so als allerletztes haben wir dann noch else falls keiner dieser Sachen zustimmt dann erstelle ein make search make search result ähm make search oh binne strich ups so make search result mit false und empty als Werten so wie oben auch falls die liste wäre so das ist dann noch con schließen das ist dann die die Funktion contains und als ganz sind set die die que hier in die die Vielen Dank.